Okay, hallo Leute, ich grüße euch. Aufgrund dieser Zeiten jetzt können wir gerade in der Trommelschule keinen Kurs machen und ich zeige euch für zu Hause ein paar lustige Übungen, die ihr machen könnt. Bodypack Aschen. Also, ich mache es euch erstmal vor, ja. Das ist ziemlich leicht, oder vielleicht auch nicht, aber es ist ziemlich lustig. Okay, wir gehen jetzt zusammen durch. Also, du kannst es im Sitzen oder im Stehen machen. Ich persönlich stehe mal lieber. Also, ich mache es mal langsam. Brust, Schnips, Klatsch. Brust, Brust, Schnips, Klatsch. Brust, Schnips, Klatsch. Brust, Brust, Schnips, Klatsch. Brust, Schnips, Klatsch. Brust, Brust, Schnips, Klatsch. Nochmal. Brust, Schnips, Klatsch, Brust, Brust, Schnips, Klatsch. Brust, Schnips, Klatsch, Brust, Brust, Schnips, Klatsch. So, hast du einen Moment, das mal zu probieren? Brust, Schnips, Klatsch, Brust, Brust, Schnips, Klatsch. Brust, Schnips, Klatsch, Brust, Brust, Schnips, Klatsch. Brust, Schnipps, Klatsch, Brust, Brust, Schnipps, Klatsch Brust, Schnipps, Klatsch, Brust, Brust, Schnipps, Klatsch So, jetzt erweitern wir das Ganze noch, indem wir am Ende noch einen Reiber hinzumachen, ja? Etwas fortgeschrittener, ja? Ich mach's mal vor Das ist geil, oder? Und zwar dieser Reiber, der ist so und eins, ja? Ich mach's nochmal Okay, machen wir's gemeinsam Also Okay, das war's Ich nehm noch meine Füße dazu Ich weiß nicht, ob man das hört Jetzt hab ich mich total verklatscht Okay Haut rein, macht's gut Habt ihr euch eigentlich auch die ganze Zeit gefragt, ob die Schmetterlinge bald anfangen zu fliegen, wenn ich immer draufhau Okay, macht euch einen guten Tag Hier ist Ingo Gut, Mann